Wir haben uns dann aber auch immer eine kleine Maske aus, um das gerne zu kommen. Ja, wir haben das Bild, das ist sehr gut genommen, um Sebastian weiterzulassen. Ja, die Jünger sind sehr, sehr süßig, da sind die Idee, die Gart. Musst ihr den Text? Es ist technisch, das ist wirklich gut. Alle drei Fragen, die wir erzählen, die Gart. Ja, genau. Ja, das ist auch der, was wir mit der Gartwahl nicht noch aufbauen. Ja, das ist auch der, was wir mit der Gartwahl nicht noch aufbauen.